So Leute, herzlich willkommen zu meinem Faktenvideo. Ich erzähl euch jetzt 25 Fakten über mich sehr geehrt. Buh! Yeah! Ich bin Zocker. Falls ihr das noch wisst, ich zock wirklich jeden Tag. Ich hab noch nicht oder ich guck nie nach wie viel oder wie lang. Aber ich zock sehr viel. Sehr viel. Sehr viel. Auch wenn ich Zocker bin, ich mach auch wirklich sehr viel Sport. Jetzt im Winter zum Beispiel mein Tennistraining. Im Sommer Tennis-Spiele. Oder auch normal Basketball, Fußball mit Freunden und sonst was. Oder Wii Fit Plus auf der Wii. Kennst du auch als Sport? Wii Sports! Wii Fit Plus auf der Wii. Captain Obvious! Woooo! Meine Lieblingsmusikers sind Fall Out Boy und Skrillex. Skrillex darf selbst einfach nur Beste. Und Fall Out Boy, die machen einfach coole Musik. So Pop, Rock. Und es hört sich einfach cool an. Wie ich schon vorher erwähnt, ich bin ein Sportler. Deswegen spiele ich tatsächlich Tennis seit 6-7 Jahren. Bin auch selber Tennis-Trainer. Ich spiele Basketball in meiner Freizeit. Ich bin alle falsch verstanden. Nein? Es gibt ja Leute, die mögen keine Fantasy-Filme oder Sci-Fi-Filme. Da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu. Ich liebe Herr der Ringe und ich liebe Star Wars. Vor allem Star Wars. Star Wars muss sein. Muss jeder gesehen haben. Und vor allem, vor allem die neuen 3 Teile. Die Besten, wo es gibt. Vor allem der dritte Teil von den neuen 3 Teilen. Die Rache, das sind... Meine Lieblings-Youtuber sind Space Rocks. Vor allem Steve. Weil die Leute sind einfach cool, machen coole Videos, sind auch lustig. Ja, mehr kann man nicht sagen. Wenn ich meinen Führerschein habe und auch genug Geld, dann kaufe ich mir auf jeden Fall meinen Lieblings-Olo. Den Chevrolet Camaro Z1. Geiler Sound. Geilisches Auto. Ever. Auch ich mag Energy-Trinks und vor allem, ich trinke auch fast nur die beiden, Monster und Mountain Dew. Geilisches Auto, wo es gibt. Schmecken so geil. Viel besser als Rockstar. Vor allem besser als Rockstar Apple. Ich mag Filme. Ich gucke ziemlich gerne Filme. Mein Kumpel, der kennt wirklich jeden Film, hat auch jeden gesehen. Mit dem gucke ich die immer an und mein Handy hat gerade nicht vibriert. Und deswegen, Filme gucken macht immer Spaß, vor allem auch im Kino, die neuen, wie jetzt zum Beispiel der neue Hobbit-Film, muss ich auch noch angucken. Like. Wenn ich dann mal meinen Camaro gekauft habe und auch dann wieder genug Geld habe, dann reise ich auf jeden Fall ein oder ein halbes Jahr in die USA, weil USA ist das geilste Land der Welt, unbegrenzte Möglichkeiten, Las Vegas, zocken, ich als Zocker muss da hin, muss was anderes machen. Ich bin Konsole-Zocker. Du auch? Nein! Hier ist meine Konsole! Und da! Du hast auch mal Gamecube gezockt. Ja. Ist auch eine Konsole. Aber Gamecube war auch geil. Da gab es Luigi's Mansion und Pokémon XD und Pokémon Colosseum. Bei mir eine aus der Klasse zockt. Das ist auch noch. Eine. Nein. Ja, aber ich habe Geld. Ich habe... Nein halt. Lass mich in Ruhe. Geh dann, mach dein Zeug. Okay, sorry. Meine Lieblings-Süssigkeit? Mars. Das hat was. Mein liebstes PS3-Spiel ist GTA 5. Geil schön Spiel ever. Mein Lieblingstier ist der Hai. Ich habe ein Sony Xperia-Style. Das größte Handy, was ich je gesehen habe. Mein Lieblings-Essen ist die Döner-Pizza. Oh mein Gott. Was ist denn eine Döner-Pizza? Nein, Pizza mit Döner-Fleisch drauf. Ahhhh. Sounds logic. Captain Morbius. Die beste Farbe, die es hier auf diesem Planeten gibt, ist die Farbe Grün. So muss auch mal mein Camaro sehen. Ich habe immer ein sauberes Zimmer. Nicht. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe zu viele Videospiele. Ahhhh. Gewinn! Oh, es war wirklich ein Camaro. Ah, nein! Oh mein Gott. Es war FIFA 8. Ah ja, dann passt so. In meiner Freizeit lese ich nicht so viel nur in der Schule. Wenn wir lesen müssen. Apropos Schule. Ich hasse früher aufstehen. Merkt euch eins. Niemals am Computer zocken. Nicht böse. Die geilste Filmreihe, die es gibt. Transformers. Bin hier. Passend zu dieser Jahreszeit habe ich den passenden Adventskalender. Und zwar diesen hier. Oh mein Gott. Such sexiness. So Leute, das war mein Faktenvideo. Ich hoffe euch hat es gefallen. Jetzt wisst ihr mehr über mich. Vielleicht könnt ihr ja auch mal in die Kommentare ein bisschen was über euch schreiben. Ein paar Fakten. Ansonsten gebt einen Daumen nach hoch. Hier oben kommt ihr zu Kerens Video. Hier unten zur letzten Minecraft Folge. Und ja. Ansonsten noch einen schönen Advent. Schönes Weihnachten. Und macht's gut. Ciao. Auf hast du heute Abend. big Tag im